Soho! Langsam füllt sich die Bude hier. Ähm, ein Tag nach der Hochzeit. Und, ja... Zeit sich einen Job zu suchen. Aber irgendwie kommt er nicht dazu, weil hier so viele Gäste noch sind. Genau, Baby ist unterwegs. Und, ähm, deswegen brauchen wir jetzt einen Job. Vom Wunsch her ist es ja egal, was er im Job macht. Also gucken wir mal, was im Angebot ist. Ui, so viel Auswahl. Technikon, 31 die Stunde. Ne, guck mal, wer gut kochen kann, er ja schon ein bisschen. Zwei Tage arbeiten. Hm, was passt denn zu ihm? Hm, ähm, nur wenig Geld. Verbrecher, ein bisschen wenig Geld. Schriftsteller. Wir haben noch nicht. 25, nicht schlecht. Aber... Ich glaube, wir bleiben bei Technikon. Oh, das passt. Hier kommt wieder E-Sportler und Startup-Unternehmer. Naja, ich weiß nicht, das passt irgendwie nicht. Ähm... Lass mich kurz nachdenken. Hey, come on. Astronaut. Astronaut ist auch irgendwie cool. Ja, doch, ich bleib bei dem, wo es am meisten Geld gibt. Live-Chat-Berater beim Arbeitgeber Rainy Day in the day noon. Ja, das ist doch super. Passt doch wunderbar. Denn... Schauen wir mal. Ähm, was ist heute? Come on. Ach so, zwei Tage genug Zeit. Oh, ich hab mir schon gewonnen. Wow, drei Tage bis zur Arbeit. Der hat dann sicher super ausgesucht. Alles okay. Naja, sie kann sich auch noch mal probieren jetzt. Fitness spielen! Und, ist sie schon dicker? Uh, ja! Sie ist ja schon dicker. Sie dreht immer noch mit Hochzeitskleid durch. Okay, dieselben Sachen. Hm. Schurke. Ich will auch dick mit Grusen rein. Wahrscheinlich ein bisschen langweilig, aber... Oder Schriftsteller. Ja. Ich werde geschickt werden. Was? Sie weint? Ja. Sonst hat sie ja immer freiwillig aufgeräumt, aber... Mhh. Mhh. Seid ihr in die Hochzeitsers? Baby! Okay, er hat seine Hochzeitskleidung abgelehnt. Juuu. Der will einen Feind und jemand kennenlernen. Dann können wir doch diese hier... als Feinde... Hallo? Ja. 4 Stunden Videospiel. Ich bin jetzt nicht so cool. Ah, cool, sie kommt zu mir. Was? Sie geht direkt ins Bett? Oh, Chorg. 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 Nabi. Quest. Galvador. Luna. Oh! Oh, fuck's it Luna! Oh, yeah. Buzhar-flast. Finesh. Finesh. Oh, fine, ma. Oh, ma frispa. Wax. Chima-waboos. Baloo. Wimpa-skeba. Wegzina-champa. Oh! Oh! Oh nein. Buzhar-fans. Ah, Buzhar-kamen. Chorfen. Eskib. Bejarful. Masplemba. Jabbou. Granef! Polamide yabau. Chorg. Florebe essenoin. Rrainim Dubma. Hahaha, Jibbs Tumbra. Oh, niebe! Chwe-cha kafem. Ja, Buzhar-kamen. Ja, Buzhar-kamen. Das ist cool. Ich bin auch gewohnt. Ja, ich bin gewohnt. Du hast eine Schengel. Boona 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 Boona. Adunda! Ich bin mean. Was ist die Musik so spiel, wir kaufen, wenn wir dann eine Kaufe kaufen? Ere Anlage, wir kaufen... Ich weiß nicht, die Bühne... Was ist denn das? Was ist denn das? Oh ja, das ist nur ein Foto. Jetzt ist es noch ein Foto. Also ist die Foto. 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 Bezüge. Foto. Tres. 3 3 3 3 4 4 5 Ha ha, das ist ja! Ah, ja... Aha... André... Kussi läuft auch auf. Nett! Oh... Danke, dass du den Müll mit rausgebracht hast! Abschuldige Konfrontation! Wunder, dass sie noch da ist, echt! Kämpfen, dann ist wirklich... Ja, es ist ja sein Wunsch! Können Sie sich nicht tun? Oh, die Innerung! Was ist sie denn? Da! Äh, sie hat doch schon mit Reif geklaut. Oh nein, sie geht! Warte! 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 Du bist doch noch gar nicht mein Feind! Hm! Oh Mist! Verabscheut nur! Naja, gut! So, sie telefoniert mit Paul! Wer ist eigentlich Paul? Oh, Reif! Ich komm nicht auf Paul! Fitnessstudio! So! Ist sie denn fit? Nein! Ab! Noch mal was essen und dann schlaf! Ja! Tempo! Schneller! Ja! Neues Bett wäre immer geil! Was kostet Bett? Weil irgendwie die Energie hier ist so... ist es so gut! Wo ist denn die Energie? Reduzierte Lilo! Energie 4! Okay, ach cool! 12.000 ja jetzt bringt es euch wirklich viele also das haben wir ja energie 4 unwohl unwohl ist ja los, ach so unwohl nix stress gemütet und unbehagen gemütet ja cool das bett ist doch super ja andererseits haben die nicht mehr viel geld, ne die müssen erstmal geld gucken die haben sich das ja auch nicht gewünscht so ihr kuschelt gar nicht, ne? kuschelt! kuschelt kuschelt naja gut sie stinkt auch kuschelt 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 ich sehe es schneller gut lage drückt Okay, sie muss ja heute arbeiten, gell? Bestrebenleiste. Zudem werden hier deine aktuellen Bestreben. Damit zeig ich öffnen die Leiste. Ja, ach so. Bisschen schnell, ne? Also... Ja, das weiß ich nicht. Oh, ihr bleibt nicht mehr. Jetzt hab ich hier voll das Tutorial ausgelöst, ne? Ja, eigentlich hätte ich den Job nehmen sollen, den er hat. Oh! Woher hat sie das? Warum kommt das jetzt dauernd? Ich will das gar nicht. Okay, danke. So, ich wollte gucken, wann sie arbeiten müssen. Also, äh, ist es jetzt? Uhrzeit? Ähm... Ach so, 5 Stunden. Oh, 3 Stunden schreiben. Oh nein, ist auf keinem Computer. Er lacht nicht. Okay, was muss er? Ja, vielleicht ein Video-Spieler spielen. Äh... Ach, super! Ja, brauchen wir mal einen Kuckuck da, ne? Das kann teuer werden. Das kann teuer werden. Oder kann man den spielen? Slow motion. Cool. Cool. Guck mal Glücklichkeit. Ah, Schriftsteller. Okay, das ist dann gut. Das hier. Ja, und das ist jetzt die Frage. Nehmen wir den... Ja, ich nehme mir erstmal den, weil... Das ist ja nur ein Punkt. Scheiße, ich könnte nicht machen, oder? Ob das wohl geht? Yeah. Jo, jetzt können sie nicht mal kochen. Jo, du hast noch 5 Stunden Zeit und noch 3 Stunden üben. Das ist doch gut. So, jetzt ist hier Karriere angesagt. Und damit wir die Karriere ankurbeln, äh, wie wir das machen, können wir in der nächsten Folge gehen. Bis denn! Aha. Hm. Was, was ist. Wie war es? Ja, ich war es... Wie war es immer noch mal? Wierddux. Wierddux.